Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen bei OlliAnCutTV. Heute möchte ich euch ein paar Collectors Editionen oder besondere Editionen vorstellen, die in meiner Sammlung besonders besondere Beachtung finden. Ich finde sie persönlich extrem schön und sehr durchdacht. Wenn sie auch für den einen oder anderen uninteressant sind aus eventuell Platzgründen oder weil sie eben ab und zu ein ganz kleines bisschen was kosten, wir haben hier einige Editionen auch schon in der Sammlung gehabt, die trotz ihrer Besonderheit aus der Sammlung geflogen sind. Das hat verschiedene Gründe, gar nicht mal besondere Gründe. Irgendwie, weil wir es doppelt haben in zwei verschiedenen Editionen und man hat sich dann für eine entschieden. Ich mache hier auch extra kein Ranking draus, weil ich habe schon gemerkt, mein Statuen-Ranking, Statuen-Figuren-Ranking von letztens, was ich gemacht habe, die 20 Besten und so weiter, ist ab nächster Woche schon wieder hinfällig, weil was Riesengroßes ins Haus kommt, was richtig geil ist, mal wieder Statuen-mäßig. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich habe es auch schon geteasert, angekündigt, was da ungefähr kommen könnte. Viele können sich vielleicht schon denken. Allerdings, heute bei den Collectors Editionen und besonderen Editionen, da weiß ich auch nicht genau, was da jetzt für mich persönlich das Besondere an dieser Edition ist. Ich glaube, das empfindet auch jeder anders, jeder sammelt auch anders. Deswegen können es einige von euch da draußen vielleicht auch nicht verstehen, warum ein Mediabook, ein Stilbook, eine besondere Edition, wenn es für einen Bruchteil des Geldes doch den Film zum Beispiel in einer Plastikhülle gibt. Das können viele nicht verstehen. Und ich lasse die Leute dann auch am besten mit ihrer Meinung dastehen und sage, sammelt ihr, wie ihr möchtet und ich mache es, wie ich möchte. Und jeder, wie er möchte und jeder, wie er kann, sage ich immer. Also das sind eben Sachen, die haben wir uns hier gegönnt und ins Haus geholt, weil wir eben diesen Platz haben. Wir haben viele Vorteile hier bei uns, die ich jetzt sehe, was andere eventuell leider, leider nicht haben. Wir haben den Platz und wir haben die Möglichkeit, uns in verschiedenen Räumlichkeiten damit zu begeben. Also eine Edition, die mal Platz braucht, da kann ich gut verstehen, wenn man nur einen Raum zur Verfügung hat, dass man den dann nicht so auslasten möchte mit so einer riesengroßen Edition. Das ist für mich total verständlich und es muss auch nicht jeder so sammeln, wie wir es tun. Das ist absolut legitim und total in Ordnung. Aber ich möchte euch jetzt, also lange Rede, kurzer Sinn, wie auch immer, jetzt möchte ich euch ein paar besondere Editionen präsentieren, die für uns einen besonderen Mehrwert haben und ich weiß noch gar nicht genau, wo ich anfange. Ich gucke mich hier die ganze Zeit um und ich denke mal, ich fange einfach mal hier bei dieser Edition an. Ich mache ab und zu auch mal einen kleinen Cut, wenn ich hier aus dem Bild gehen muss und eine Edition zu holen. Ich habe mir auch gedacht, ich mache das in dieser Räumlichkeit, weil ich hier die meisten Editionen aufbewahre und nicht alles nach oben schleppen muss in mein YouTube-Zimmerchen, deswegen mache ich das jetzt heute mal hier. Das ist eine Edition, die haben meine Frau und ich uns gemeinsam gegönnt. Das ist die Grimm-Edition, die Serie, die komplette Serie. Und diese Besonderheit an dieser Edition hier ist, das ist aufgemacht wie so ein dickes altes Buch. Ja, optisch sehr, sehr cool und von innen auch, zeige ich euch jetzt mal, so sieht das Ganze von außen aus, ja, Grimm. Hätte man hier vielleicht sogar noch ein bisschen prägen können und vielleicht, ja, ein bisschen, ja, dass sich das noch ein bisschen wertiger anfühlt, aber so finde ich es schon mal echt in Ordnung. Und innen, seht ihr, was ich meine, da sind immer diese schönen Bilder hier zu sehen und jede Staffel wird für sich behandelt. Die Discs bewahrt man dann hier oben auf, da sind so kleine Einschübe und da sind dann die einzelnen Discs drin und ich finde diese Edition wahnsinnig geil gemacht. Ups, da ist schon eine, die sich da rauswagt. Ja, die sind nicht oben, die sind an der Seite, genau. Ich habe wieder Blödsinn erzählt. Die sind an der Seite so mit eingefügt, ja, in diese doppelwandigen Seiten. Ja, ist eine schöne Edition auf jeden Fall, gefällt mir wirklich außerordentlich gut. Hat auch ein bisschen was gekostet, das Ganze, aber ist die komplette Serie, da wird nicht noch mehr kommen, meines Wissens, die ist abgeschlossen und sowas finde ich dann auch total cool, wenn eine Serie abgeschlossen ist und dann kommt was raus, hätte ich mir jetzt von Vikings gewünscht. Da kam mir jetzt die komplette Serie in allen Staffeln raus, aber in so einer total langweiligen Edition werde ich mir auf jeden Fall nicht zulegen, auch wenn wir die Staffeln gern zu Hause hätten, Vikings, ja, ein total langweiliger Schuber mit allen Staffeln drin, total langweilig. Also finde ich schade, dass man sich da nicht mehr Mühe gibt, aber ich glaube, das sind die ersten Anzeichen von, ja, physischen Medien, die vom Markt verschwinden oder nur noch in abgespeckter Version rauskommen und sowas ist absolut schade. Das ist schade, Leute. Ja, so, also ich habe mir jetzt keine Gedanken gemacht, das ist ein relativ spontanes Video. Ich habe zwar vorgehabt, dieses Video zu machen, aber wie ich das Ganze vonstatten gehen lasse, hatte ich jetzt noch keine Ahnung. Jetzt gucke ich mich mal hier um, was könnte man denn da noch nehmen? Ähm, hier sind einige Editionen, ähm, ja, was nehmen wir dann ja? Ich kann mal einen kleinen Break und hol mal irgendwas her, okay. Ja, das ist eine schöne Edition von einem Film, der uns sehr am Herzen liegt, meiner Frau und auch mir, und zwar Pans Labyrinth in einer wirklich wunderschönen Box. Die hat für mich Mehrwert auf jeden Fall, ja. Hier sieht man vorne den Pan, ja, den Pan oder auch Faun genannt und hinten sieht man die Hände vom Pale Man, auch eines der Kreaturen aus diesem Film, das Ganze von Jolermo del Toro und in dieser Box befindet sich natürlich ein wunderschön gestaltetes Mediabook, ja, das Teil hier, ähm, auch wirklich wunderschön aufgemacht. Das Ganze gibt es auch separat zu kaufen, aber wir dachten, wenn schon, denn schon, für diesen Film auf jeden Fall, ähm, diese Edition hier, richtig toll. Äh, da ist sogar noch ein kleines Büchlein dabei, ja, der Frankenstein-Komplex, ähm, ja, auch für den einen oder anderen einen Mehrwert. Ähm, was ist denn das überhaupt? Ist das ein Buch? Ich hab da jetzt noch nie... Nein, das sind Disks, ja, genau, das sind nochmal... Das ist praktisch Bonus-Material, äh, finde ich schon ziemlich cool. Dann sind da jede Menge Karten, der Soundtrack und so weiter. Da ist jede Menge Zeug dabei und das ist eine ganz, ganz, ganz geil überlegte Edition. Wie gesagt, äh, ich bin nicht so der Mensch, der, der so auf Bonus-Material, äh, scharf ist, ja. Bonus-Material ist schön, wenn es dabei ist, aber wenn Bonus-Material, dann finde ich so Soundtrack richtig klasse. Ähm, aber da sollte ich echt, echt mal reingucken. Das fällt mir immer wieder mal auf, dass ich geile Booklets zum Beispiel nie lese oder, oder eben so Bonus-Material irgendwie außen vor lasse. Also, das ist schade, äh, und diese, diese Edition hier, die ist, für uns hat die einen ganz besonderen Mehrwert wegen des Filmes und wegen der Aufmachung. Das ist halt eine richtig schöne dicke Box, die uns sehr, sehr gefällt. Ja, Leute, wo diese Edition hier rausgekommen ist, die kam als allererstes in Kanada raus und wir haben diese auch aus Kanada, ähm, da hab ich gedacht, wow, hoffentlich gibt's davon von jeder Staffel irgendwie so eine ähnliche Edition, aber nein, es blieb bei Staffel 1 mit dem Meister, ähm, und zwar geht's hier um die komplett First Season von The Strain, ja, ähm, das Ganze sieht so aus, hat so eine kleine Kopfbüste vom Meister noch mit dabei und hinten ist dann in so einem Schuber, ja, ist dann so eine, ist dann die erste Staffel drauf, mit deutschem Ton, obwohl dieser nicht mit angegeben ist, also deutscher Ton ist hier mit an Bord und ich muss ganz ehrlich sagen, ich find's schade, dass das Ganze hier Plastik ist, auch wenn's ein bisschen, äh, aussieht wie Holz, ja, sieht man das, vielleicht sieht man's ein bisschen, ich glaub eher, ja, die Beleuchtung ist heute wieder mal ganz speziell gut, ähm, es sieht aus wie Holz, wäre das Ganze jetzt noch aus Holz, dann wäre das natürlich noch ein optischer und ein, ja, auf jeden Fall noch mehr Wert, also hätte noch einen größeren Wert, aber jetzt momentan, so optisch gesehen, ist das Ding schon geil, muss ich sagen, der Meister, The Strain, die erste, äh, die erste Staffel in so einer Kopfbüsten-Edition, schade, dass die anderen Staffeln dann komplett außen vor gehalten wurden, äh, find ich echt schade, aber das Teil, find ich mega gut gemacht, auf jeden Fall. Ja, ich hab mich von vielen Editionen getrennt, ja, in der letzten, ich hab momentan auch viel zu verkaufen, grad, äh, weil ich die Sammlung einfach ausdünnen wollte, einfach mal, um Luft reinzukommen, zu bekommen, ja, das alles ein bisschen, ja, Filme, die, die ich gar nicht mehr brauche, ja, die sind alle weg, die sind alle raus und, äh, hier ist aber eine Edition, da find ich die Edition besonders cool, eine abgegriffene, schon sehr, ja, staubige, äh, abgenutzte Box, 3 DVD Limited Edition, da hab ich aber noch die Blu-ray reingemacht, weil ich die auch noch besaß, von Carriers, das ist so ein, ja, Endzeit-Seuchenfilm, ähm, Carriers, Flucht vor der tödlichen Seuche, da ist noch ein bisschen Zeug dabei, was ist da alles dabei, ähm, eine Dokumentation über Seuchen des 21. Jahrhunderts, ja, und, ähm, ein Seuchen-Survival-Kit mit, ähm, Aufkleber, Einweg-Handschuhe, Virenschutzmaske, Medical-Desinfektionstuch und so weiter, ein antiseptisches Handgel, also, ähm, ich könnte jetzt natürlich anfangen, jetzt groß über Corona zu reden und so, dass das ja sehr, sehr nützlich ist in der heutigen Zeit, aber ich glaub, äh, das ist dann schon nicht mehr lustig, und, äh, aber es ist eine schöne Box, da hat man sich auch was überlegt, ähm, finde ich eine sehr ansprechende Box auch, also hat man sich, wie gesagt, äh, besondere Gimmicks überlegt, vor allen Dingen, muss ich sagen, diese Dokumentation über Seuchen des 21. Jahrhunderts finde ich eigentlich ziemlich interessant, ich glaub, die kann man sogar momentan auf Sky oder irgendwo kann man die, kann man die streamen, ja, da ist diese Serie gerade, äh, diese Dokumentation gerade zu sehen, also, ist mir gestern mal aufgefallen, so, kommen wir mal zur nächsten Edition. So, das hier ist eine Edition, die ist etwas größer, die ist wirklich etwas größer, und wenn man sich sowas nicht unbedingt hinstellen möchte, dann kann ich sowas verstehen. Oben den Kopf, den schraubt man an, also die Schädeldecke schraubt man ein bisschen an, und dann kommen die kompletten Disks zum Vorschein von allen Staffeln von Dexter. Ähm, das ist eine abgeschlossene Serie gewesen, aber jetzt gibt's nochmal New Blood, äh, Dexter, Staffel 8, glaub ich, ist das, müsste die 8. sein, oder 7. oder 8. auf jeden Fall, äh, nach der finalen Staffel gibt's jetzt nochmal eine neue, die man momentan streamen kann, da sind wir auch schon dran, finde ich auch sehr gut übrigens, und das ist eine Edition, die war uns immer zu teuer mit 250, 300 Euro. Ähm, ein Kumpel von uns hat uns dann darauf hingewiesen, dass diese zu haben war bei, ich glaub, Mediadealer, für 99 Euro, und da haben wir dann zugeschlagen, also für ein Huni haben wir die auf jeden Fall mitnehmen wollen, die haben wir auch auf jeden Fall, ähm, auf meinem Kanal gibt's die, ja, ein Unboxing gibt's auf meinem Kanal, der hat auch einiges an Bonusmaterial hinten in so einem kleinen Schubfächlein, so ein kleines dickes Buch, ja, ist da mit drin, und wie gesagt, alle Staffeln hier oben im Kopf, äh, äh, ziemlich cool, und, äh, ja, meine Frau hat sich die schon immer gewünscht gehabt, und ich bin natürlich auch Fan von der Reihe, deswegen haben wir uns diese Edition hier geholt, und sieht schön aus, finde ich, äh, absolut cool, und, ähm, natürlich sind die meisten hier einfach aus relativ billigem Plastik, der Mehrwert sind dann die kompletten Staffeln in einer schönen Edition zusammengefasst, das ist der Mehrwert daran, ja, ich mein, die, ähm, die Materialien könnten ruhig gern hochwertiger sein, bei den meisten dieser Editionen, da hatte ich ja schon ähnliche Head-Editions, zu einer komme ich jetzt gleich, die habe ich jetzt auch noch hier stehen, ähm, die werde ich euch auch noch zeigen, die haben wir auch behalten, aber zum Beispiel von der Caesar-Edition, von dem Terminator-Kopf-Köpfen, es gab ja mehrere, ähm, den Predator-Kopf, den Alien-Box, was es da alles gibt, ja, äh, haben wir uns getrennt, die hatten wir alle, also da hatten wir so ziemlich alles, haben wir uns getrennt, weil wir, äh, von, ich weiß nicht, weil, weil da wirklich dieser, dieser Mehrwert nicht da ist, was teilweise die Leute wollten hier für die Alien-Head-Edition 300, 400, 600 Euro, war es nicht wert, ja, also da, da muss ich ganz ehrlich sagen, da war die Verarbeitung sowas von billig, der Dom war andauernd verrutscht, dann war das Ding wirklich aus aller billigstem Plastik, ich mein, das Ding sollte hier auch nicht runterfallen, dann wäre schade, aber das war wirklich nichts, da, da, da ist der Hype viel zu groß gewesen, was noch relativ hübsch war, war der Predator, ja, aber da muss ich auch sagen, da haben die Proportionen absolut nicht gepasst, wurde ja teilweise als Lifesize-Büste angepriesen, könnt ihr vergessen, nicht mal 1 zu 2 ist das Ding, aber wer die Dinger schön findet, alles gut, ja, ich möchte jetzt auch nichts schlecht reden, was jemand anderes extrem feiert, das, äh, nichts lege mir ferner. Jetzt habe ich noch eine Kopf-Edition, die will ich euch unbedingt zeigen, jo. Ja, das hier ist der Sony, äh, Hat, also von Sony, dem Androiden, oder wie nennt man die, ähm, von iRobot, ja, mit Will Smith, ähm, eine der schönsten Editionen, wie ich finde, sie ist natürlich auch bloß aus Plastik, aber wenn man da mal hinschaut, das Ding wirkt wirklich, äh, wie aus dem Film, das, äh, wirkt wirklich sehr, sehr schön gemacht und der, der Look und überhaupt alles an dieser Büste stimmt wirklich absolut. Hat auch wieder hinten so ein kleines Schubfächlein, wo dann die Discs, äh, drin sind, einmal Bonus und einmal die DVD. Ich glaube, das ist hier nur die DVD-Edition und, ähm, das ist auch eine Edition, die würde ich jetzt nicht so schnell hergeben, weil die ist wirklich für uns persönlich besonders, besonders staubig, äh, aber die ist wirklich schön gemacht, ja, die ist wirklich schön gemacht, wiegt jetzt auch nicht allzu viel, ist auch bloß Plastik, aber ich muss sagen, die hat schon einen gewissen, äh, eine gewisse Ausstrahlung, ja, für uns persönlich auf jeden Fall eine Edition mit Mehrwert und momentan trägt sie einen Hut, äh, trägt sie eine kleine Mütze, die kann ich euch ja ganz kurz mal zeigen, weil ich nicht wusste, wohin damit, kommt aber demnächst auch woanders hin, hier die Mütze von Marty McFly, ja, momentan steht das Ding bei uns so in der Sammlung, kann man machen, jo. Ja, Leute, jetzt hier was ganz filigranes, ähm, das haben wir auch länger gesucht, irgendwann habe ich es dann mal erstanden und meiner Frau geschenkt, ähm, ich muss ehrlich sagen, ich bin etwas, also das ist jetzt eine wirklich, wirklich günstige Edition, was das, was die Herstellung angeht, hat zwar ein bisschen Sound und ich glaube auch, da leuchtet irgendwas, wäre möglich, äh, ist da ein kleiner ET, also es handelt sich um die ET-Raumschiff-Edition, ja, äh, die macht dann auch den berühmten Soundtrack von ET, äh, wenn man hier einen Knopf irgendwo drückt, dann geht da so eine Leiter runter und ET steht da, ähm, ich muss aber ehrlich sagen, das Ding ist, ah, hier geht es auch noch auf und oben sind die Disks drin, ja, ähm, ähm, aber ihr hört schon selber, das knackt und knirscht, ich habe da wirklich Angst, jetzt da irgendwas kaputt zu machen, ähm, da muss man nicht mal, ähm, fallen lassen, da kann man so schon mit, mit etwas zu viel Kraft, äh, ja, also optisch toll und auch für einen gewissen Mehrwert, äh, einen gewissen Mehrwert bringt das auch mit, allerdings muss ich sagen, ich war da von der Herstellung dann doch sehr, sehr, sehr entsetzt, ähm, allerdings, ja, wir sind halt auch Fans von ET, das ist eben so, alles so, was so Kreaturen und, 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 und Monster und Außerirdische und so, da sind wir immer dafür zu haben, es muss nicht immer der blanke Wahnsinns-Horror sein, äh, so Fantasy-Streifen und Sci-Fi geht bei uns auch immer und das hier, das ist halt eine Edition, die hat sich meine Frau schon immer gewünscht gehabt und, äh, habe ich ihr dann irgendwo mal erstanden, auch nicht so wenig Geld bezahlt, ich bin mir aber nicht mehr sicher, wie viel, 150 Euro oder so, ist absolut überzogen für das Teil, also, vom Wert her würde ich jetzt einfach mal schätzen 30 Euro und gut ist, aber was man haben will, das zahlt man eben, ja, das ist einfach so, das, äh, wer es dann nicht zahlt, hat es nicht und wir wollten es halt haben, jo, so ist es, so ist es mit diesen Editionen. So, was ich dann hier in meinen Händen, in meinen Händen halte, ist die sogenannte Saw Final Trap Edition, ähm, beinhaltet alle sieben Teile, mittlerweile sind ja noch welche hinterhergerückt, was ich sehr schade finde irgendwo, ähm, ich habe das dann auch gar nicht mehr weiter verfolgt, äh, werde ich mal tun, auf jeden Fall, ich bin eigentlich Fan der Reihe, allerdings hätten sie sogar nach dem ersten aufhören können und es wäre geil gewesen, ähm, das hier ist die Bärenfalle, die umgedrehte Bärenfalle, die ist sehr hochwertig gemacht, die ist hier wirklich so mit Leder und Metall und das ist eine Edition, Leute, also, hier die Final Trap Edition, wo dann praktisch die Bärenfalle, die umgedrehte Bärenfalle hier mit draufsteht, mit so einem kleinen Zeit, mit so einer kleinen Zeitschalteruhr, äh, noch versehen und, und Metall und, äh, das ist wirklich sehr hochwertig, gefällt mir wirklich super gut, ja, gefällt mir wirklich extrem gut und da sind, wie gesagt, alle Teile drin auf Blu-ray und, äh, nimmt auch nicht so viel Platz weg, hat hier oben eine kleine Metallplakette drauf, wo steht, dass das Ganze auf 2500 Stück limitiert ist, wir haben die Nummer 817, so wie es aussieht, oder, ja, könnte auch eine 617 sein, ich habe keine Ahnung, ja, ist eine schöne Edition und, äh, auch diese sieht toll aus in der, in der Sammlung und bietet mir persönlich einen gewissen Mehrwert, allein wegen dieser schönen Edition hier mit, mit dieser Falle, also, sieht schon ziemlich nice aus, muss ich sagen. So, Leute, ähm, ich habe gerade mich mal umgeguckt und mir ist aufgefallen, es sind doch mehr Editionen, die ich noch in der Sammlung habe, die bemerkenswert sind und eventuell erwähnt werden sollten, aber ich, äh, ich glaube, das würde schon wieder den Rahmen sprengen. Ich habe jetzt nochmal ein paar Dinger parat gelegt, die ich euch zeigen möchte, nochmal 5, 6 Dinger, die ich euch präsentieren möchte und dann sind hier noch viel, viel, viel mehr Editionen, also, obwohl ich mich von vielen getrennt habe, noch wirklich die schönsten auf jeden Fall bleiben. Das ist hier eine Edition, so eine Lederbuch-Edition, die ist auch wertig vom Feeling her, die ist geprägt, die hat drei Mediabooks mit allen drei Teilen, mit der kompletten Trilogie an Bord, hier wurde auch echtes Holz benutzt, um oben und unten so einen Abschluss zu gewinnen. Es geht um die Ginger Snaps Trilogie und das ist wirklich eine Edition, die muss man, die muss man erwähnt haben, weil das fühlt sich an wie echtes Leder, hier ist alles geprägt und besonders bemalt und, ähm, auch der Buchrücken, sieht man auch von welchem Label das ist, ja, NSM hat sich hier verewigt und unten steht, dass das Blu-Ray ist, alles schön geprägt, da wurde sich Mühe gegeben, hoch, achtungsvoll, habe ich dieser, äh, widme ich dieser, ähm, Edition jetzt diese paar Minuten hier und dann hat mir hier, äh, Ginger Snaps 1 bis 3 als schöne Mediabook-Varianten mit, so ist es mir am liebsten, gezeichneten Artworks, das sieht wirklich super aus, da hat man sich extrem viel Mühe gegeben, auch, ähm, so kleine Trenn-Barrieren sind hier, äh, drin, dass die Mediabooks nicht aneinander, ja, kratzen will ich jetzt nicht sagen, aber reiben, ja, und, äh, also immer ein bisschen Luft lassen, super, super coole Edition, also die ist wirklich klasse gemacht, da wurde sich Mühe gegeben, ich weiß nicht, was ich dafür bezahlt habe, aber ich glaube, alle drei Mediabooks einzeln wären auch nicht viel, äh, viel günstiger gewesen, von dem her, gerne in so einer Edition hier, ja, wenn die Reihe abgeschlossen ist, gerne, gäbe es jetzt vier Teile und die ersten drei kommen in sowas, ähm, dann hole ich mir sowas ungerne, aber wenn eine Reihe abgeschlossen ist, unbedingt so, in so einer Edition, finde ich richtig klasse, geil. Ja, gerade hatte ich es noch davon, äh, wenn eine Reihe abgeschlossen ist, dann gerne, äh, wenn nicht, dann nicht unbedingt, ja, dann, äh, sag ich hier nochmal das Gegenteil, wie des öfteren Mal, ähm, und zwar haben wir hier Hellraiser, die Trilogie, Clive Barker's Hellraiser Trilogie, in einer schönen Holzbox, ja, in so einer schönen, sehr wertig wirkenden, äh, Holzbox, die klappt man so auf, dann sieht man hier direkt, ähm, das Gesicht von Pinhead, und hier befindet sich dann das wattierte Mediabooks mit, äh, das wattierte Mediabooks mit der Trilogie, also richtig schönes Teil und noch ein paar Gimmicks mit dabei, ja, äh, ist eine schöne Edition und, ja, wie ich eben sagte, wenn eine Reihe abgeschlossen ist, aber von Hellraiser gibt es ja mittlerweile, ich glaube, neun Teile oder so, aber ab dem fünften Teil kannst du die Serie, äh, die Reihe eigentlich komplett vergessen, ähm, den vierten Teil habe ich auch noch in einer großen Hardbox, aber die Trilogie hier in dieser Box, und die ist wirklich wunderschön, ich hatte da auch mal eine andere Edition von, auch von der Trilogie, ähm, aber die war da nicht so geil wie jetzt die Edition, ich habe mich dann für diese hier entschieden, diese zu behalten und die andere abzugeben und bereue das nicht, also es ist eine schöne Edition und jetzt kommt was ganz, ganz Edles, wie ich finde. Ja, was wir hier haben, was wir hier haben, ist die Sons of Anarchy, komplette Staffel in einer Holzbox, das müsste echt Holz sein, fühlt sich auf jeden Fall so an, geprägt und zwar genauso wie der Tisch, wo sie immer ihre, ihre, äh, Meetings abhalten, ja, das ist die Box hier, die ist wirklich sehr gefragt in Sammlerkreisen, beinhaltet die komplette Reihe oder die komplette Serie von Sons of Anarchy, hat hier so eine kleine Metallverriegelung und wenn man die dann öffnet, haben wir dann, ja, äh, so ein kleines, äh, so ein kleines Heftchen, so ein Umschlag dabei und die komplette Serie befindet sich hier in einem Digi-Pack, da hätte man eventuell was Schöneres machen können, ähm, ähm, dass man die Disks, äh, da ein bisschen eleganter rausbekommt, aber das Digi-Pack hier ist dann doch schon relativ schön gemacht, muss ich sagen. Ah, jetzt habe ich hier das seidene Bändchen vergessen, so, das muss natürlich auch mit rein. Ja, ist eine richtig schöne Edition, ist auf der Rückseite so mit bisschen so Samt oder Velour oder was das ist, ähm, bespannt, ja, ähm, ich finde die Box als solche hat einen besonderen Mehrwert, weil sie optisch eben so richtig cool aussieht und ist auch eine geile Serie, wer die noch nicht geguckt hat, unbedingt mal nachholen. Sons of Anarchy in der Holzbox-Edition, richtig, richtig, richtig geil. Und jetzt komme ich zu was ganz, ganz Besonderem, was, ich glaube, bei uns, was die Editionen angeht, die Nummer 1 sein dürfte, ja. Ja, Leute, hier haben wir die Game of Thrones The Complete Collection, ähm, in dieser Edition hier, also ist ein wirklich schweres Teil, ist auch aus Echtholz, ähm, und, äh, sieht extrem cool aus, also wirklich extrem cool, ähm, hat einen sehr großen Mehrwert, weil man hat hier so Spielereien wie diese, wie diese Nadel hier, ja, das ist ja diese, diese berüchtigte Nadel, die auch in der Serie, ähm, immer so die Hand des Königs oder wie das heißt, äh, wird immer so angesteckt und dann wurde eben, ähm, das ist so eine Titelvergabe und dann kann man das Ganze hier öffnen und wie so LPs, wie so Schallplatten hier rausziehen und dann verändert sich auch im Fenster hier immer wieder eine Szene und da sind dann die ganzen, ähm, Staffeln drin, finde ich absolut cool, finde ich wirklich sehr edel, schwer wie die Sau, das Ding wiegt, ich würde sagen annähernd 4 Kilo, sowas würde ich auf jeden Fall annehmen und ist auf jeden Fall richtig, richtig cool gemacht, von innen wie von außen, äh, da hat man sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, da wurde auch jetzt nicht irgendwie, irgendwo, was man nicht sieht, äh, gepusht oder so, nein, das ist wirklich von innen wie von außen eine perfekte Edition, wenn man Platz hat, also ich weiß zum Beispiel von einem, mein, äh, lieber Kumpel Ralf, der ist, also der größte Game of Thrones Fan, den ich jetzt kenne und, äh, er hat auch mit sich gerungen, diese Edition auch noch aufzunehmen, obwohl er da schon die kompletten Steelbooks hat in verschiedenen Editionen, da gibt es ja noch die Magnetedition und was weiß ich was alles, aber wir haben uns für diese Edition entschieden, die ist wirklich genial cool, die ist wirklich genial, also da gibt es jetzt fast nichts, was da rankommen würde, es ist wirklich die schönste Edition und auch die wertigste und ich glaube, es war auch die teuerste, ich weiß gar nicht, was haben wir gezahlt, knappe 250, 300 Euro, irgendwie sowas, glaube ich, waren es, auf jeden Fall ist es das wert, ja, also, ja, ist auf jeden Fall schön gemacht, hat auch hier, wenn man sich die ins Regal stellen will, nur mit dem Buchrücken, das wäre zwar schade, aber könnte man machen, würde man immer noch sehen, was drin ist und, äh, ja, finde ich eine richtig geile Edition, Leute, ich glaube, das benutze ich direkt mal fürs Shunt-Nail, ja, ist ja auch immer wichtig, nett lächeln, dann habe ich auch nicht so viel Arbeit später, so, und, ähm, ist auf jeden Fall eine geile Edition, also da gibt es nichts, da gibt es wirklich nichts dran zu rütteln, ja, geiles Teil. Da es aber nicht immer auf die Größe ankommt, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde hier diese Collectors-Editionen, wo immer der Film dabei ist und dann so eine kleine, beigefügte, gering limitierte, ähm, Figur und zwar sind diese hier von, ähm, der Hobbit, ja, da haben wir alle drei, äh, Resin-Statuen, die sind von Veta, müssten die sein, ja, sind Veta, ja, ja, genau, und zwar immer mit so einer kleinen, äh, limitierten Resin-Editionen, die wirklich sehr, sehr, sehr schwer sind, ja, da haben wir die hier, dann noch diese hier, auch ziemlich cool, sehr schön gemacht, die haben auch ein gewisses Gewicht, also es sind zwei Kilo auf jeden Fall, ja, sehr, sehr schön gemacht, richtig, richtig cool und dann noch dieses wuchtige Teil, äh, ist aber, komischerweise, ihr werdet euch vielleicht wundern, das leichteste der dreien, weil hier natürlich anderes Material verwendet wurde, was jetzt aber nicht schlimm ist, äh, es sieht genauso wertig aus wie die anderen und was ich immer so cool finde hier, der, die Metallplakette mit dem Schrifttitel, richtig, richtig cool, gefällt mir richtig gut und die bleiben auch in der Sammlung, die haben für uns auch gewissen Mehrwert, ja. hier noch was Kleines, Leichtes, ähm, und zwar von dem Film Independence Day kommt hier nochmal dieses Raumschiff an, ähm, ist sehr schlicht gehalten, sehr eintönig gehalten, ähm, mit Schriftzug aber, was ich wieder sehr gut finde und von dem Film, der mir eben besonders gefällt, also ich rede jetzt da mal vom ersten Teil und, ähm, gefällt mir richtig gut, war eine schöne Edition, hätte man vielleicht ein bisschen aus Resin machen können, ein bisschen wertiger das Ganze, vielleicht eine Nummer größer und dann wäre das auch eine richtig geile Edition, so ist es jetzt eine Edition, nett für die Vitrine, ja, kann man machen, ne. Nicht zu vergessen, es gibt immer wieder Editionen, die haben so einen Schuber, ja, der die komplette Reihe, so wie gerade eben bei Ginger Snaps gesehen, ähm, beinhaltet, ja, hier habe ich die von Nameless, äh, die Edition von Wrong Turn mit 1 bis 6 in wunderschönen Media Books, gefällt mir persönlich richtig gut, was ich hier jetzt ein bisschen schade finde, dass auf dieser Seite, auf der Front praktisch, kein Schrifttitel zu sehen ist, weil so es bei mir in der Sammlung steht, äh, hier hat man das jetzt richtiger gemacht, finde ich jetzt so schöner, ja, aber das ist für mich vorne und, äh, da sollte eigentlich, finde ich jetzt der, ähm, ja, der, der Schrifttitel noch mit zu sehen sein, ansonsten auch wieder wunderschöne Artworks mit drauf, hier zum Beispiel der sechste Teil, ja, mit, äh, Three Finger, also richtig schön, richtig schöne Edition und auch solche Editionen liebe ich, Leute, ich liebe solche Editionen auf jeden Fall. Genau nebendran steht bei mir Cabin Fever, ebenfalls von, ähm, von Nameless und diesmal seht ihr das mit einem wunderschönen Artwork mit Schrifttitel, der da sogar noch schön glänzt, sogar auf dem Buchrücken das Ganze und auch hinten nochmal ein schönes Artwork, wunderschöne Mediabooks an Bord mit allen Teilen und genau so muss eine Edition aussehen, dafür zahle ich dann auch gerne mal ein bisschen mehr, die Wertigkeit macht's aus und die, ähm, Rarität, also die Limitierung und, äh, hier spielen viele Sachen eine Rolle, warum man das in der Sammlung haben möchte. Bei mir ist es auf jeden Fall auch, dass mein Nachname hier vorne drauf steht, seht ihr das? Uncut, ja? Ja, mach ich immer wieder gerne. So, Leute, bevor ich jetzt hier wieder es ausarten lasse, es gibt noch viel, viel mehr schöne Editionen, die sich hier in meiner Behausung befinden. Es gibt da zum Beispiel, wenn ich mich jetzt hier umgucke, noch die Fass-Edition von Breaking Bad. Das ist das Fass, ähm, mit, ähm, das, ja, da stehen meine 1 zu 6 Figuren, die haben sich so dran gelehnt, deswegen will ich das nicht unbedingt rausholen. Die komplette Serie ist, äh, darin enthalten und, äh, noch ein paar Gimmicks sind da mit drin. Finde ich eine richtig schöne Edition. Oder was gibt es noch? Hier meine Resident Evil 1 bis 6, ja? Und mit der Axtmann-Edition, die ist auch von Nameless, allerdings war die Mediamarkt exklusiv, auf 500 Stück limitiert und ich war einer der Ersten, die diese geholt hatte. Das war kurz bevor ich, das war kurz bevor ich, äh, das Label, äh, überhaupt gekannt habe. Da habe ich mir die Axtmann-Edition schon im Mediamarkt bestellt und ich glaube, da ging es langsam los mit diesen ganzen Editionen, dass ich die irgendwie so wertgeschätzt habe und so geil fand. Also es gibt hier wirklich immer, immer wieder was zu sehen, wo ich dann denke, ja, das hättest du auch noch zeigen müssen und das auch noch. Es gibt auch noch die Zurück in die Zukunft, äh, Fluxkompensator-Edition, die sich bei uns im Flur befindet. Sehe ich gerade von hier dann die Frong Dusk Till Dawn, äh, Box, die Titty Twister-Edition und was weiß ich, was wir da alles noch stehen haben. Einiges. Aber ich sage jetzt mal, unser Favorit ist jetzt wirklich die Game of Thrones-Box, weil da wirklich alles stimmt. Ähm, sie ist wuchtig, sie ist groß, sie ist wertig, sie beinhaltet alles komplett und ich denke mal, so sollte eine Edition aussehen. Die anderen Editionen, die ich euch gezeigt habe, auch alle geil, sonst wären sie nicht mehr in unserer Sammlung. Wie ihr wisst, haben wir uns hier begrenzt auf, äh, nur noch Zeug, was wir wirklich haben wollen und ich denke mal, das ist, das sollte auch so sein. Das sollte jeder Sammler natürlich für sich entscheiden und ich bin dann mal wieder raus. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was eure Lieblings-Edition aus unserer Sammlung oder aus eurer Sammlung ist. Würde mich natürlich interessieren und dann gilt, wie immer, wer noch kein Abonnent meines Kanals ist, kann das gerne nachholen. Abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, dass ihr kein neues Video verpasst und dann sehen wir uns hoffentlich gesund und munter beim nächsten Video wieder. Euer lieber Olli Ankat von OlliAnkat TV. Ciao!